Ja hallo meine Lieben. Heute ist es soweit, mein 40. Geburtstag, und ich habe es ja schon ein Video gemacht dabei, da wird mir 41, also kann man ruhig zwei Videos an dem Tag machen. Aber ich werde das heute nicht online stellen sollen, erst morgen oder übermorgen. Anyway. Es wird das spannendste, aufregendste und faszinierendste YouTube-Video überhaupt. Ich mache Brieflose auf. Fertig bekommen. Und ich werde 40. Also es sollen da drin 40 Brieflose sein. Ich werde die jetzt aufmachen, vor der Kamera. Ich werde das Video nicht schneiden. Und wir schauen, was passiert. Vielleicht bin ich was. Vielleicht bin ich nichts. Da sind sie reingequetscht. 40 Brieflose. Für all die, die damit nichts anfangen können, Brieflose ist so ein... Shit. Von den österreichischen Batterien eine Möglichkeit Geld auszugeben, in der Hoffnung irgendwann mal Geld zu gewinnen. 40 Brieflose. Ich bin gespannt. Eins. Wahrscheinlich werden mir vorher die Finger abfallen, bevor ich irgendwas gewinne. So. Wie gesagt, das ist das Video. Ich mache 40 Brieflose auf. So. Leider kein Gewinn. Von Ciccura. So. Das war Nummer 1. Das ist Nummer 2. Geil. Wow. Ha! 2 Euro. Geil. Abschalt, gut. Man kann schon aufhören. Gut. Die guten kommen hierher. Die schlechten hierher. Das ist jetzt Nummer 3. Ich hoffe, ich kann bis 40 zählen. So. Leider kein Gewinn. Gut. Das ist jetzt Nummer 4. Das Video ist so spannend, dass die Assistentin schon eingeschlappt, dass man da zuschreibt. Der hat sich die wichtigste Aufgabe zu schauen, dass der Fernseher hinter mir nicht schwarz rennt. Bist du deppert, oder? 1 Euro. So. Ha! Da brennt der Hut, Leute. Da brennt der Hut. Jetzt sind wir bei der Nummer 5. Und? Ja, lecker. Schon wieder 1 Euro. Da machen sie mich auch gut mit mir. Das sind jetzt 5. Das ist die Nummer 6. Ich werde mir das nie merken. Bist du dabei? Okay. Nein. Das wirf jetzt ja bis jetzt mal nicht. Wo ist denn da? Weil ich mit den ganzen Geldbeträgen komme ich zueinander. Also. Das ist jetzt das 6. los. Leider nix. Nummer 7. So. Ich frage mich, wer wird sich das jetzt anschauen. Aber es gibt alles. Das ist jetzt die Nummer 7. Leider kein Gewinn. Nummer 8. Das ist sozusagen mein 40 Jahre Fitnesstraining. Das ist aber nicht klar. Ja, da ist er wieder. So. Das ist jetzt die Nummer 8. Puh. Die gibt es noch. Die Brieflos-Show. Ich kann teilnehmen an der Brieflos-Show. Na ja. Damit zögert sich die Jubelfreude nochmal hinaus. Ich weiß nicht genau. Braucht man damit 3 Lose um die einzuschicken? Keine Ahnung. Das ist jetzt die 90 Jahre. Wow. Nochmal die Brieflos-Show. Da stirbt der Bärburschen. Das ist jetzt das 10. Das heißt, ein Viertel ist geschafft. Und ich habe jetzt schon die Gicht in die Finger. Ich habe jetzt noch einen. Ich habe jetzt noch einen. Altfern. Das hört man nicht. So. Lecker Schleihung! Ich muss ins Fernsehen. Noch eine Brieflos-Show. Puh. Da steht der Staat aus Kasse Geld schon richtig gut. Das ist jetzt die Nummer 11. Nummer 12. Gott sei Dank. Leider nix. Nummer 12. Nummer 12. Ganz schön, Baby. Ganz schön. Und noch eine Brieflos-Show. Faszinierend. So. Kreuzern. Das ist echt Arbeit. Okay. Wir haben es gerade das Haus tun. Leider kein Gewinn. Wunderbar. 14, oder? Du sagst ja. Du bist gar nicht mehr da. Das ist wichtig. Ich muss ja wissen, ob es 40 sind. Leider kein Gewinn. 15, glaube ich. Leider kein Gewinn. Und so machen die österreichischen Lotterien die Geld. Leider kein Gewinn. Schaust du mal da, wie viele das sind? Müsste bis jetzt 18 sein. Und noch eine Brieflos-Show. Tja. Ich glaube, ich krieg die Fernsehsendung selber. Sie soll mich gleich zum Moderator machen. Ja. Ich glaube, wir haben das gescheitere. Der Rappelpeter macht das. Soweit ich mich erinnern kann. So. Leider kein Gewinn. Das war jetzt 19, oder? Halbzeit. Tja. Leider kein Gewinn. 21. Ich hasse es, wenn ich so dumm bin und in den Bildschirm schaue. Über der Linse. Weil mich dann immer ärgert an andere YouTuber, die schon voll groß sind und das voll lang machen. und viel mehr Viewer haben wie ich, und das dann trotzdem genauso machen. Ha. Einen Euro. Wieder ein Gewinn. 22. Weil ich denke mir, wenn das dein Beruf ist, und du davon richtig Geld verdienst, im YouTube, dann solltest du doch in der Lage sein, aber in die Kamera zu schauen und nicht über in die Linse. Na, frage mich echt. Yeah. Leider kein Gewinn. 23, gell? Es ist echt ein Stück. Ja. Wieder. Ein Euro. Tja. Ich glaube, mit dem kann ich mir langsam sogar einmal was zum Essen kaufen. Ist ja auch nicht schlecht. Oder ein Schilderweg. Auch okay. Das ist jetzt 24. Leider kein Gewinn. 28. Ich weiß noch nicht, ob ich euch quäle, und das was ich euch vorspiele, oder ob es in Echtzeit wird. Leider nein. 22, 25, gell? Ist das 26? Ich glaube, ja. Ihr müsst da auch nicht mitschauen, gell? So. Tja. Nix. Nix. Ok. Nix. 28. 30. 30. Sagenumwobene. Wow. 2 Euro. Mhm. Ich sag nur, da können wir es zusammen. 29. Keine Ahnung. Ja. Ja. Hörst. Du musst ja aufpassen, bitte. Ja. Aber... Wenn wir da die 10er, auf dem 10er Block weg, dann haben wir etwas zu überzustimmen müssen. Leider nein. Ich glaube, dass das der Teilsächste ist. Bin mir nicht sicher. 1 Euro. Wann ist das jetzt 20? 17. Und das erste? Das ist 10 und das ist 7. Ok. 17. Ach. Jetzt wird es kompliziert. Ich glaube, das ist 31. Kein Gewinn. So. 32. 1 Euro. 33. Ha. Die Brieflos schon. 34, glaube ich. Nix. So. Jetzt habe ich da noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mann. Wann ist das mehr als 40? Oder kann ich einfach nicht zählen? Hm. Ich werde es jetzt ganz schön sagen. So. Ah. Die Brieflos-Show. So viele Brieflos-Shows-Dinger muss ich sie doch wirklich einschicken. 5, 7, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8 und 7, 8 und 7, 7, 9, 9, 7. 5, 8, 9, 8. So, das fünftletzte. Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ist nur ein großer Gewinn drin. 10.000 Euro. 500. Hm. Leider nein. 2x 100.000 sind drin. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht genügen. Aber ich würde lieber die 10.000 freuen. Bin ich da nicht so. So. Leider nein. So. Das drittletzte. Jetzt kommt es auf. Ein Euro nochmal. Puh. Alter Schwede. Noch ein Euro. Mühsam ernährt sich das Ei-Hörnchen. Das letzte Los. Mhm. beroig. Das dest er Saltatat. Comun. Das ist so sehr stark. Das ist so ganz großartig. Oh, das liegt es so. Sehr wichtig. Oh das ist so ganz neutral. Einen Euro. Tja. Wer sich das Video bis jetzt angeschaut hat, war sehr tapfer. Ich werde am Ende herausfinden, wie viele Lose es waren, und ihr werdet es noch bitte sagen, wie viel Geld ich gewonnen habe. Würde mich echt interessieren, ob es sich ausgerechnet hat. Das war's. Danke an meine Eltern für das Geschenk, und meine Geschwister. Wir halten uns alle gewünschen, dass es mehr drin ist, aber es ist nicht nix drin. Und das ist super. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bye bye.